Einen Honigraum Ein der mir einen Honigraum runter... ...die Bienen finden ja jetzt nichts mehr. Jetzt schauen wir rein, was sie alles drin haben... ...ob sich das Schleudern rentiert. Dann der mir ein bisschen Rauch rein, sonst kann man im Zuhl nicht dort. Dann haben wir Honig mit Rauch, das wollen wir ja nicht. Mit Stockmeißeln lösen wir das Remchirn. Die haben mit dem Propolis alles verkittet. Das klebt ja sonst drinnen. Da haben sie ganz schön dran, das ist proppenvoll. Da waren sie schon fleißig. Beidseitig. Die Bienen kehren wir jetzt runter. Da darf man nicht so kehren, sonst würde man es wuzeln. Da gehen sie kaputt, dann wird sie so stupsen. Wir sind natürlich jetzt nicht erfreut, dass man ihren eingetragenen Honig weg nimmt. Dann nehmen wir es da rein. Dann machen wir gleich einen Deckel drauf, sonst fliegen alle wieder zurück zu ihrem Honig. Und so machen wir das Remchen für Remchen. Da ist genauso viel drin. Da sind sie sehr schön gearbeitet. Man kann sie vorher ein bisschen abklopfen. Da braucht man nicht mehr so viel ablusteln. Im Fall, das werden schon, ja, zwei Eimer werden sie hundertprozentig. Wenn wir schleudern. Man kann ungefähr reden für eins. Ein Reimerl wird ungefähr eineinhalb bis zwei Kilo oder eins. Es gibt ungefähr 17 Kilo werden sie schon rausgehen. Die Bienen haben jetzt dann Honig eintragen. Und wenn das alles okay ist, dann werden sie nicht verdeckeln. Das Deckelwachs, das wird dann beim Schleudern abgekratzt. Dann geht der Honig schön raus. Da sieht man es, da haben sie schon fertig eintragen, da haben sie verdeckelt. Und da sind sie gerade dabei, das sind eine. Das sieht man bei denen. Die werden gerade fleißig in Honig rein. Jetzt kommen wir an die Randwaben. Die werden wahrscheinlich noch nicht so voll sein. Und die Randwaben werden als letztes mit Honig gefüllt. Die Mittel waren ganz voll. Und da sind sie dabei, dass sie voll machen. Aber wie gesagt, ist halt keine Tracht mehr da. Darum haben sie keine Scheiß mehr, dass sie auch die letzten voll machen. Der Absperr gibt das auch noch drin. Wenn jetzt die geschleudert sind, dann ist noch Resthonig drin. Dann bringe ich die her und hänge sie wieder drauf. Dann lasse ich sie dann ausschlecken. Ich putze jeden Honigrest raus und das alles sauber putzen. Dann hat man nächstes Jahr ganz saubere Honigrämmchen wieder. Und die freuen sich, dass sie noch ein bisschen Honig kriegen von dem, was sie eingetragen haben. Okay.